So, hier kommt die Aufgabe 6 der Abschlussprüfung Mathematik aus dem Jahr 2023 für die Realschule Jahrgang 10 in Niedersachsen. Ja, es geht um Berechnung von Prismen. Ich gehe die Aufgabe gleich mit dir durch. Versuch es so erstmal selber und vergleiche es dann mit meiner Lösung. Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich gehe die mal in der Reihe nach durch. Erst A, dann B. Deswegen vergrößere ich das jetzt mal hier oben ein kleines bisschen. Ein Quader wird so halbiert, dass das abgebildete Dreiecksprisma entsteht. Berechne das Volumen des Dreiecksprismas. Okay, hier wurde also ein normales, ein Quader wurde also halbiert. Der Quader, der sah dann wohl ungefähr vorher so aus. Ja, und der wurde halbiert und dann bleibt halt genau dieses Dreiecksprisma übrig. Ja, das ist ganz nett, dass sie das da geschrieben haben, weil dann kann man sich auch schon vorstellen, wie man die Lösung macht. Man berechnet sozusagen erst den Quader und halbiert den dann. Ja, wie groß ist das Volumen? Volumen vom Quader ist ja A mal B mal C. Also die Seitenlängen halt multiplizieren. Das mal das mal das. Und wenn wir dann die Hälfte haben wollen, dann halt das Ganze mal ein Halb oder geteilt durch zwei. Ich muss also rechnen. Dann 3 mal 4 mal 6 und das Ganze dann mal ein Halb. Ja, was kommt da raus? 3 mal 4 ist 12. 12 mal 6 ist 72. Und das Ganze dann mal ein Halb, dann sind es 36. Also ist das Volumen 36 Kubikzentimeter. Gut, bei Aufgabe B, was soll da gemacht werden? Das Volumen eines anderen Dreiecksprismas soll berechnet werden. Stelle eine allgemeine Formel zur Berechnung des Volumens in Abhängigkeit von X auf. Fasse die Formel so weit wie möglich zusammen. Ja, der Körper sieht eigentlich genauso aus wie in der Aufgabe A. Das heißt, wir können eigentlich auch genauso rechnen. Also mit genau den gleichen Überlegungen. Wir müssen jetzt da bloß nicht mit 3, 4 und 6 rechnen, so wie gerade. Sondern dementsprechend halt mit X, 2X und 3X. Ja, aber ansonsten ist alles gleich. Was ergibt sich dann da also? Also das Volumen ist dann X mal 2X mal 3X. Und das Ganze dann wieder mal ein Halb, ja, weil wir einen halben Quader haben. Ja, und das soll ich jetzt noch möglichst weit zusammenfassen. Ich mache daraus also ein geordnetes Produkt. Vorne die Zahlen hin und da hinten die ganzen Variablen. Das ist in dem Fall ja nur das X. Das heißt also vorne muss ich dann rechnen 2. Ich habe ja hier 2 mal X und da habe ich 3 mal X stehen. Also vorne jetzt die Zahlen. 2 mal 3, das ist 6. Und 6 mal 1 Halb, das ist 3 dann wieder. Und dann hinten die Variablen. Das ist ja XXX. Also X mal X mal X mal X, das ist X hoch 3. Ja, also ist das dann zusammengefasst. 3 mal X hoch 3 oder halt 3X hoch 3. Ja, das war schon die ganze Aufgabe 6. Ich hoffe, es war nachvollziehbar. Lassen wir uns gerne unten noch eine Frage da. Schau dir meine anderen Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.